Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Homespeed Home Episode 2. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir alle sechs Totenstatuen gefunden, aber der letzte war richtig gemeint und ja, wie es da weitergeht erfahren wir jetzt und Abo und Like und los geht's. Okay. Perfekt geschafft. Öffnen die Tür. Erledigt. Alle drei Bolas schon geschnappt. Na, fick dich doch ey. Hier. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Oh, verdammte Scheiße. Oh, bei den Göttern. Schuttekanon. Ich weiß nicht, warum. 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 Ich habe es geschafft. Ege Kusiner ist eliminiert. Da ist er. So, wieder da. Wieder da, wieder da. Jetzt muss ich kurz etwas erledigen. Telefaktur ist eine Scheiße. Konki! Haha. Dammit! Warum ist er offen? Boah, ist doch knapp. Oh, noch ein Speicherplatz. Geil. So, wieder da. Ich muss, sorry, wieder etwas erledigen. Das ist wahr. Keine Ahnung. Du kleiner Wichser. Ist das dein Baderform? Du bist so hässlich, du Bastard. Jen und ich, wir werden dich in die Hölle schicken. Du Wichser. Oh, nein, nein. Du gehst zur Hölle, du Geist. Was, was, was läuft hier? Was ist hier los? Was passiert hier? Kill, 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 kill diesen Bastard. Er hat ihn versteinert. Also verhärtet. Geil. Geil, wir haben das verhärtet. Oh, run. 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 Okay. Oh, run. Oh, run. Böe lass Oh, geh weg du, wixer Was ist das? Boah, direkt ins Auge, ja. Willers? Eins, zwei, drei, vier. Tampar, reke. Oh, shassa. Ii! 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 Oh Was da was da Was ist das? Okay, weiter. Okay, weiter. Fix her! Ah, das war's. Was ist das? 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 Was ist das?